Hallo, hier ist nochmal Swiss Mania Cable. Heute habe ich ein Problem festgestellt, das nach dem Jailbraken aufgetreten ist. Zwar hat der Jailbrake bei mir geklappt. Wie ihr hier seht, ist Süd hier drauf. Und das Dumme ist leider, nicht lang danach, nach dem Jailbrake, hatte ich kein Mobilfunknetz mehr. Bis, ja, bis jetzt eben. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich das wieder hinbekomme. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem auch schon habt. Und wiederherstellen will ich es nicht in iTunes, weil dann muss ich die ganzen Apps wieder draufladen. Und ja, wenn es überhaupt hilft, das weiß ich nicht. Allerdings finde ich es schade, wiederherzustellen, nochmal Apps drauf zu tun. Und das gibt, finde ich, nach meiner Meinung überflüssig. Ich wollte gerne fragen, ob es da einen einfachen Weg gibt, das Problem zu beheben. Ähm, ja, ich danke schon im Voraus für eure Hilfe, wenn ihr was habt. Und ja, abonniert mich und schreibt mir auf Facebook bei Markus Frei. Und ja, hoffentlich, äh, ja, äh, gefällt euch mein Video. Oder, ja, oder ihr könnt mir vielleicht helfen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.